Der Boost-Kanal, und zwar heute mit der Bravo Sport Nr. 24, erhältlich ab dem 6. November. Also, vor gut einer Woche kam sie raus. Warum? Natürlich, weil wieder ein Match-Attacks-Booster dabei war. Und wie man vielleicht hier schon sehen kann, eine limitierte, exklusive Sonderkarte, also eine limitierte Auflagenkarte. Und die schauen wir mal, ob sie auch wirklich drin ist. Das müsste sie sein. Dann haben wir einmal noch Wendt, Castro, Kim und Baka Lortz. Und das müsste unsere Karte sein, ganz genau. Die Nummer L7, René Adler vom HSV, limitierte Auflage, Wert 10,5 Millionen. Und genau, die Karte war auch drin. Sehr schön. Zum Heft gibt es, ja, hier ist das Titel, Attacke auf die Bayern. Dazu gibt es wieder, wie in jeder Ausgabe, coole Poster. Oder, wie man hier unten sehen kann, zwei Super-Poster plus vier weitere Poster und so weiter. Kostet 1,95 Euro. Guter Preis. Schöne limitierte Auflagenkarte drin. Und noch vielleicht, wann das nächste kommt. Das nächste kommt am 20.11. Und diesmal ist so ein Champions League-Sticker-Pächen von Panini als extra dabei. Da haben wir ja auch schon Videos gemacht, wie wir sie öffnen. Könnt ihr gerne anschauen. Ja, dann war es das Video schon. Kurz und knapp mit der HSV-Karte. René Adler wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bußkanal. Bis zum nächsten Mal, euer Bußkanal.